Herzlich willkommen zu Dental English To Go. Ich bin Sabine Nemecz und ich lade euch ein, mit diesem Podcast euer Englisch aufzufrischen. Ich möchte euch zeigen, dass es ganz leicht ist, sich im Praxisalltag auf Englisch zu verständigen. Jede Woche schauen wir uns eine bestimmte Situation in der Zahnarztpraxis an und trainieren die passenden Vokabeln und die richtige Aussprache. So, hier ist Ihr Weekly Dose of Language Refresher. In der vorigen Lesson, wir haben die ersten zwei Stagen des Gumdisees. In heute's Lesson, wir haben die andere Stagen des Gumdisees. So, wir beginnen. Wenn Patienten an Mundhygiene und Zahnmedizin denken, liegt Ihr Augenmerk häufig hauptsächlich auf den Zähnen. Zahnfleisch spielt dabei eine genauso wichtige Rolle. Dies zeigt sich besonders, wenn die Zahnfleischerkrankung fortschreitet. Next, wir sprechen über die nächsten drei Stagen des Gumdisees und wie zu erklären sie zu Ihren Patienten. Stage 3 ist eine Early Periodontitis. In dieser Phase, Gumdisein wird über die Zahnarzt über die Zahnarzt über die Zahnarzt über die Zahnarzt über die Zahnarzt. Die Zahnarzt über 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 die Zahnarzt Therefore, damaging the teeth and bone even more. You will notice more bleeding, persistent bad breath, and maybe discomfort and pain. Action is required at this stage, such as good dental hygiene, regular dental check-ups, and deep cleaning procedures. Stage 4 is a moderate periodontitis. In this stage, there is a significant progression of gum disease. The inflammation and infection that have slowly started have now gained momentum. Noticeable damage is caused to the bone supporting your teeth. The bone loss is more distinct, leading to increased pocket depth between gums and teeth. Bacteria really love these deep pockets. Deeper pockets mean more bacteria. Your teeth may start to slightly loosen. Sometimes, they might even shift a little bit, due to the weakening bone structure. The signs are more apparent in comparison to the previous stage of an early periodontitis. Gum recession, constant bad breath, and potential pus formation near the affected area occur. Besides deep cleaning procedures, localized antibiotic treatments or other periodontal procedures will have to be considered. Stage 5 is advanced periodontitis. In this stage, lasting damage occurs. The pockets between the gums and the teeth are even deeper now. This accelerates bone loss. Your teeth will feel increasingly loose, therefore causing damage in your bite and possible discomfort. Gum recession advances, which in many cases leads to tooth sensitivity. The bacteria in the even deeper pockets cause chronic inflammation and abscesses. Advanced periodontitis is a serious issue and requires a multifaceted approach. Without any treatment, you will probably lose teeth. Timely and decisive measures are necessary to stop further progression. More advanced treatments, such as surgical procedures, might be recommended to access and cleanse deeper pockets. This will be necessary to preserve your jawbone and prevent irreparable damage. Here is your overview of the vocabulary of this week's lesson. To pull away, to pull away, to pull away, to loosen, lockern, to shift, verlagern, to accelerate, beschleunigen, to access, zugang erhalten, auf etwas zugreifen. To preserve, erhalten, apparent, offensichtlich, weakening, schwächer werdend, nachgebend, increasingly, zunehmend. Timely, rechtzeitig, zeitnah. Decisive, maßgebend. Pass formation, Eiterbildung. Affected area, betroffene Stelle, betroffener Bereich. Advanced treatments, fortgeschrittene Behandlungen. Das war unsere Lesson für diese Woche. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Maßnahmen gegen Zahnfleischerkrankungen. Wenn ihr noch mehr Dentalenglisch trainieren wollt, empfehle ich euch mein Buch Dental English, erschienen im Quintessenz Verlag oder auch die Fachzeitschrift Teamjournal. Hier findet ihr in jeder Ausgabe eine Übung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Es gibt jeden Montag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt auf Instagram oder an podcast.quintessenz.de. Alle Links und Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage goodbye and see you next week. Das war Dental English to go mit Sabine Nemetz. Der Englisch-Podcast für den Praxisalltag. Ein Quintessenz-Podcast.